Wir können gerade noch laut sein, weil es geht heute um eine Person, die gerade nicht zuhört. Nämlich geht es heute um Felix. Ich gehe jetzt noch raus, ja. Also nicht auf mich warten, wir haben ein paar Kollegen. Wollen. Aber ich gehe noch ein paar Kollegen raus, also nicht auf mich warten, also. Aber dann leck dich so, ja. Ja. Lass einfach bei Dings treffen, bei Schauke im Park, okay? Was macht der die ganze Zeit? Warum rennt der auf einmal? Wie floren wir es eigentlich, Freunde? 17 Uhr, ich glaube, ich wollte da noch ein Video drehen. Er ist in Lowe, Bro, Gang, Gangs. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem Video auf meinem Kanal, Freunde. Wir können gerade noch laut sein, weil es geht heute um eine Person, die gerade nicht zuhört. Nämlich geht es heute um Felix, Freunde. Felix hört gerade unten, der Hetzelauf, der hört mich da nie. Ich hasse es so sehr. Ich kriege da noch so Aggressionen hinein, auf die Fresse zuhören. Auf jeden Fall, Felix hört mich gerade nicht und heute geht es um Felix, Freunde. Ihr habt ja bestimmt das letzte Video gesehen, Leute. Ich habe Nora einen Tag lang gestalkt, Freunde. Das Video nach einem Tag schon über 16.000 Likes. Ich glaube, mich trifft der Raub, Leute. 16.000 Likes. Und das ist echt krass. Und ich sage es mir heute einfach mal, es ist sehr spontan, aber weil Felix heute bestimmt auch wieder rausgeht. Ihr müsst ja wissen, Felix, da geht Nitzel sehr, sehr oft einfach raus mit seinen Freunden. Keine Ahnung, was die machen. Ist auch so wie Nora, dieses Alter. Und deshalb dachte ich mal, ich war heute Felix, einen Tag lang stalken, Freunde. Und ja, Leute, mich hat das schon immer interessiert, wirklich schon jedes verdammte Mal, was dieser Typ eigentlich macht, wenn er draußen ist. Weil er ist halt manchmal bis 1 Uhr abends draußen, es juckt ihn gar nicht, Junge. Also vielleicht, wenn du das siehst, Alter, es juckt dich einfach nicht. Und hinter der Kamera ist so ein älterer Bruder, sag mal was. Ah, Junge, warum so schüchtern? Na, egal. Auf jeden Fall, der muss auch nicht viel reden, der muss auch die Kamera halten, den Zweck erfüllst du gut. Auf jeden Fall werde ich jetzt Felix stalken und gleich mal in sein Zimmer gehen und sagen, Ja, Felix, Mann, ein oder andere, ich muss wieder zum Job gehelfen, setz mich doch nicht klar, die Arbeit ruf. Ich würde vielleicht sagen, ich muss zu einem Freund oder Kollegen, ich bin auf jeden Fall weg, sage ich ihm gleich. Das fühle mich auch heimlich, versuche ich zu filmen. Und dann werde ich einfach mal schauen, wenn er rausgeht, wo er denn hingeht. Weil ich werde ihn verfolgen, ich werde mich dann draußen irgendwo hinkämen und werde ihn dann verfolgen, Freunde. Gebt jetzt schon mal einen fetten Daumen nach oben und abonniert den Kanal, Freunde. Die Kommentare sind wieder. Ich will wieder Support sehen, Freunde. Ich will wieder von den Sinlo Bro Gang Gang Strip Support sehen. Deswegen abonniert alle jetzt schon mal, gebt einen Daumen nach oben, Freunde. Und das Wichtigste, teilt den Kanal, weil wir verlosen. Und nach eurem Spielzentrum, Freunde, das wollt ihr nicht mehr fassen. Deswegen Daumen nach oben und den Kanal abonnieren. Ich heiße auf Instagram, SadieProd, Freunde, abonniert mich da gerne auch. Felix, heute ist mal dein Tag und ich würde sagen, here we go. So, Freunde, mein Bruder ist jetzt auch wieder rausgegangen. Ich übernehme es ab jetzt, weil ich muss jetzt eh vloggen. Er kann jetzt ja eh nicht mitkommen, das wäre ja auffällig. Ihr seht wieder, Freunde, die Seiten sind wieder fresh. Haare sind fresh, Freunde. Fresh as always. Sinlo Bro Gang Gang. Skur is always fresh. Deswegen, Freunde, abonniert, wie gesagt, jetzt den Kanal, Leute. Wir brauchen auch einen Support wieder. Die Kommentare sind wieder an, Leute. Spamt die Kommentare. Dann habt ihr auch eine höhere Chance, 100 Euro PSN zu gewinnen. So, wie bei Nora, erstmal muss ich ihm jetzt klar machen, dass ich einfach nicht da bin, dass er denkt, ja, ich kann einfach machen, was ich will, aber ich werde ihm natürlich folgen. Nur, wir werden jetzt in sein Zimmer gehen, Freunde, und dann werde ich ihm das sagen. Ich versuche, das heimlich zu filmen. Die Kamera ist auf jeden Fall ein dicker, dicker Aussie, also so, wie ich es auch, ja, in der Hose habe. Deshalb, Freunde, wird es sehr schwer, die Kamera zu verstecken. Wünsche mir auf jeden Fall Glück und ich bin echt gespannt, was er machen wird. Wie gesagt, der Teil 2 bei Nova kommt bei 20.000. Nice, das ist echt krass, was da noch passiert ist, Freunde. Also, das wollt ihr nicht verpassen, Freunde. Wie gesagt, Road to 200K, ihr seid die heftigsten und es wird mich so glücklich machen, wenn wir ihn jetzt erreichen. So, ich werde jetzt zu ihm gehen und versuchen, das heimlich zu filmen. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, es funktioniert. Ich stehe mein Handy eben mit. Ja, fucking wenig Akku, Alter. Egal, Freunde, beginn wir jetzt hin und ich würde sagen, Felix, heute wirst du gestockt. Pa! So, Leute, ich bin jetzt vor seinem Zimmer. Ich werde die Kamera jetzt in meinen Arm verstecken, weil ich sage, ich gehe noch raus, irgendwas füllen mit Kollegen oder in die Kamera einfach mit. Einfach in meinen Arm so packen, jetzt will ich einfach Beine haben. Ich hoffe, dass ihr es inzwischen nicht sieht, Freunde. Und wir gehen jetzt. Digga, so einsuchte. Und vor allem, ich würde sagen, ich wünsche mir Glück, nochmal durchatmen. Let's go. Bruder. Ich stehe neben dir, Bruder. Ich stehe neben dir. Ich hoffe, Felix. Felix. Machst du mir zu? Ich gehe jetzt nach Hause, ja? Also, nicht irgendwie auf mich warten. Wir haben ein paar Kollegen. Wohin? Aber ich gehe noch ein paar Kollegen raus. Also, nicht auf mich warten, also. Aber warum leckst du so? Dreh dein Video, wenn du willst, oder mach, was du willst. Aber ich bin heute weg, ja? Easy. Ich kann dich anrufen, wenn du das alles geh jetzt, ja? Ja. Ja, Freunde, ich bin jetzt noch extra in einen anderen Raum gegangen. Ich hoffe, es hat funktioniert. Er wirkt jetzt schon mal so, als hätte es nicht gecheckt. Das habe ich ja eigentlich alles, was ich haben wollte, Freunde. Ich werde jetzt draußen campen, wie gesagt, auf ihn warten und dann schauen, wo er hingeht. Ey, dieser kleine Gatto, ne? Ich bin echt gespannt, ey. Das ist echt so, ey. Ich hoffe, ich... Ich hoffe, natürlich, ich treib auf nichts, ja, zu privates oder intims. Das wird natürlich auch irgendwie cringe für ihn. Aber ich hoffe, es wird schon ein paar nicht. Deswegen, Freunde, wir sehen uns und ich werde jetzt draußen campen. Bis gleich. Und wer denkst du bist du, dein No-Skin-Freund? Schau, Mann. Junge. Was ist denn jetzt? Hallo? Was ist los? Ja, ich denkst, ich komme jetzt nicht mehr. Ja, wenn du willst, kann ich dir besorgen. Bro, ey, ich bemerke gerade erst mal im Schnitt, wie zweit dadurch das klingt. Wo ist los, Bruder? Das ist einfach bei Dings treffen, bei Schaukelpark, okay? Ja, du wirst, warte mal fest hier. Ja, halbe Stunde schaffe ich. Aber, ja, okay, Bruder, ich muss aber erst mal Dings kriegen, ne? Außer es. Egal, dann bist du gleich, aber, ne? Na, halbe Stunde. Boah, Liga, jetzt. Digga, was willst du denn? Ich bin weg. So, Freundin, die schlau ich mir. Was ist denn das? Was nimmt er da? Digga, Digga. Nein, du bleibst hier, Digga. Ich muss immer her. Bleib hier, Digga. Freunde, here we go again. So, Freundin, jetzt hinterher. Digga, was hat er sich genommen? Ich guck, er hat sich ihm Personalausweis genommen, Freunde. Okay, bis gleich. Warum wird er wieder hier lang? Das ist wieder eine Abkürzung, ich schwör's euch. Wo will der hin, Alter? Rechts. Nur hat er letztes Mal eine Abkürzung genommen. Wo will der hin, Alter? Freunde, ich komme wieder der letzte Stalker vor, aber wir müssen ihn kriegen, deswegen folge ich ihm jetzt erst mal. Oh, keine Ahnung, wo der hin will. Der macht irgendwelche Geräusche, Freunde, und singt vor sich hin, Alter. Ich muss ihn einfach weiter folgen. Jetzt bin ich zum Zigarettenautomaten gegangen. Ich guck mal, was macht der denn die ganze Zeit? Freunde, die Frage ist hier, was macht der denn? Wir müssen mal wissen, ob ich zu einem anderen gegangen bin. Ja, ich bin schnell gekommen. Freunde, der wollte doch in den Park gehen, und jetzt geht der einfach wieder zu. Der hat mich safe irgendwie, ja, gerade war da auch so ein Kollege von dem. Da geht er in keinen Park, Freunde, wir folgen dir nochmal trotzdem weiter. Ich hab echt keinen Ahnung, was der macht, Alter. Der guckt doch immer um sich rum. Ich hoffe, er fühlt sich nicht ganz wohl bei der Sache. Ich weiß ja, Freunde. Alter, und der hat bei dem ersten Automaten nicht hinbekommen, hat er doch was rausbekommen, und dann hat er zum zweiten Gang nochmal eine gekauft. Hä? Von unten, der Freunde machen. R街en Drop it, Untertitelung des ZDF, 2020